Hallo. Hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Wir hatten hier ein Postfach und ich habe keine Ahnung, ob ich anfangen habe. Wir hatten ein Postfach. Nein, sie ist leider von uns gegangen. Nach zwei Monaten. Okay, ja, hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Postöffnen-Video. Wir haben Post. Wir haben sogar hier einen Brief aus Amerika. Also wir haben internationale Fans. Also ihr könnt euch glücklich schätzen. Ihr gehört zu einer guten Community, die international vernetzt ist. Fangen wir doch den Brief aus Amerika zuerst. Das ist von Nele. Hallo Nele. Hi ihr Kasus. Hallo. Ich bin's. Like a white tiger. LOL. Alles klar auf dem Alter. Ich habe euer Briefvideo gesehen und hatte ganz plötzlich Lust euch allen zu schreiben. Ich freue mich darauf, euch im Sommer zu sehen. Sprech dir persönlich eigentlich mehr Pfälzisch? Sorry, wenn ich es falsch schreibe. LOL. Ich spreche mir persönlich mehr Pfälzisch. Nee, wenn wir eigentlich schon haben. Also ich schon. Ich auch. Wenn wir getrunken haben. Wenn ich hinter Stress ist, ich antworte für sie. So in der Familie sowieso eigentlich nur Pfälzisch. Ja, übrigens Grüße aus Amerika. Grüße zu ihr. Hallo Amerika. Von vorne. Wenn ich euch sehe, gehe ich euch alle knuddel. So, jetzt habe ich es. Ich freue mich schon darauf. Hihi. Ich liebe eure Videos, die aus so total unzusammenhängenden Sachen besteht. Wie zum Beispiel das Infovideo für die Animagic. Ja, das war so cool. Bis 2015. Die Mafia Mafian Agentur. Eure Tutorials sind immer sehr hilfreich, auch wenn man gerade ein anderes Cosplay macht. Im Sinne von, wie würde man so ein Rock, Hose, Oberteil generell machen. Bleibt so wie ihr seid, denn jeder einzelne von euch ist toll. Awww. Ich hoffe, ihr erfriert da drüben nicht. Und habt einen schönen Tag. Eure Nele. Vielen Dank, Nele. Danke schön. Ich habe keine Angst, Nele. Wir erfrieren nicht. Es wird langsam auch hier wärmer. Der nächste Brief ist ohne Absender. Oh. Top Secret. Hater. 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 Anni, guck mal. Wir haben einen rankierten Rückumschlag. Und wir haben Kartenteile von der Gianna. Dankeschön. Dankeschön. Der nächste Brief mit den süßen Ottifanten drauf. Der ist von der Yvonne. Für Ju. Guck mal. Für Ju. Mach mal auf. Das ist ein Peck-Shit. Oh, na, na, na. Oh, na, na. Was für mich. Ich glaube, wir wurden verwechselt. Kann das sein. Wieso? Das ist Inuyasha. Oh, das ist eigentlich Q. Das ist Q, ja. Stimmt. Das ist Q. Da steht. Und da steht. Oh. Kasu Films. Wir müssen uns eine Wand einrichten. Das ist voll süß. Q hat dafür bekommen. Ich habe nichts bekommen. Danke dafür, Albi. Dein Lama. Danke dafür, Albi. Ich weiß. Liebe Kasu Films. Ich habe euch entdeckt bei YouTube. Ich habe Videos von euch angeguckt und habe mir überlegt, ob ich euch abonnieren soll. Und dann... Und dann habe ich es auch getan. Gute Entscheidung. Ich möchte von euch ein Autogramm. Aber am meisten von Ju und Nana. Meinst du wirklich mich oder meinst du Q? Das ist jetzt die Frage. Inuyasha ist Karo nicht. Ist Q. Ich bin Ju. Verwirrung pur. Eure Yvonne. Dankeschön. Danke. Wir haben jetzt den letzten Brief und zwar von der Anna. Hallo Anna. Ein großer Brief. Danke Anna. Ja, Ju fertig ist bei dir vorbei, Anna. Du weißt es nur nicht. Ich wohne bei dir in der Nähe. Wir haben einen Sticker von EMP. Hier ein random EMP-Sticker für euch. Streitet euch drum. Wir haben einen großen Rückumschlag. Oh. Hi Kasi. In Klammer. Ach man, jetzt habe ich vergessen, was ich euch schreiben wollte. Weil meine Katze mich die ganze Zeit ablässt. So fange ich auch über Brief an. Hallo. Ich weiß nicht genau, was ich schreiben will. Aber ich will Brief schreiben. Dank euch gehe ich jetzt seit zwei Jahren auf jede mögliche Con. Danke dafür. Und ohne euch hätte ich wahrscheinlich noch Jahre gebraucht, um eine Con zu finden. Und noch viel länger, um hinzugehen. Irgendwann gebe ich euch auf einer Con eine leckere Pizza dafür aus. Ich bin dabei. Anna. Anna. Heißt das jetzt alle eine oder? Jeder eine, bitte. Ach ja. Auf der nächsten Con hätte ich gerne riesige Gruppenumarmung von euch. Das können wir machen. Wenn ich eine Pizza bekomme. Ihr seid toll. Eure Hufflepuff Einhornfee. Strayana? Strayana. Ich weiß, wer du bist. Ja, ich weiß auch, wer du bist. Das war unser sehr spontanes Video. Eben ultra spontan. Eben ultra spontan. Eben ultra spontan. Achso, wir haben übrigens hier. Oha. Sorry. Äh, seit dem Immobilien, wir vermieten auch Parks. Alter. Äh, die Location, die Location können wir mieten. Äh, hier ist ja. Nein, kann man nicht. Naturbelastend. Nein, kann man nicht. Hier Gras, Gras, sehr naturbelastend. Doch. Wenn es euch gefallen hat, macht das Erdmännchen in den Kommentaren. Wir verkaufen auch Erdmännchen. Und wenn... Gebt einen Daumen nach oben, ne? Wenn ihr uns auch einen Brief schicken wollt, unser Postfach wird hier eingeblendet und unten in der Infobox verlinkt, ja? Ihr könnt uns auch... Über Juice Gesicht. Ihr könnt uns auch, weil es zwei, drei Leute gefragt haben, ihr könnt uns auch Päckchen schicken. Marshmallows sieht sich dann beim nächsten Video. Tschüss. 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 Seid gewissen. Stimmt.